Okay, das ist dann überhaupt nicht passbar. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ah, Feuer! Schön drehen. Und dann wieder Feuer. Und schöne Breitseite wieder rein. Ich schnauze, du kleiner Nigger. Ich weiß genau, was ich mache. Ich bin nämlich Profikapitän. Decker. Feuer! Decker! Oh, damn, der. Feuer! Ja, 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 ha, ha, ha. Warten auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Die machen ja schon eine Menge Damage, ne? Feuer! Achtung, Einschlag! Feuer! Ja, schenk rein. Zu viel Schaden. Feuer! Nein, kommt schon, Leute. Action. Bereit zu fahren, Captain. Feuer! Nein! Wollen die mich jetzt ran, oder was? Feuer! Was ist jetzt hier los? Jetzt wird das hier so stürmisch, oder was? Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain! Das Schiff bricht in zwei Knie. Ja! Der Gegner kann nicht feuern, weil hier eine Riesenwelle ist. Ja! Zurück, die werden uns versöhnt. Schlagen, eingesteckt, Captain! Okay. Okay. Scheinbar doch noch klein wenig zu hoch. Ich konnte aber meine Mörser auch nicht ausrüsten. Wie funktionieren die denn? Ich kann... Achtung! Bereit machen für Aufschlag! Ich kann aber R drücken, wie ich will. Da passiert nichts. Oder auf R? Keine Ahnung, ich weiß nicht jetzt. Ich würde eigentlich schon doch schon ganz gern wissen, ne? Aber... So. Ich weiß nicht, ich... Das kann ja noch werden! Vielleicht habe ich es auch gar nicht richtig ausgerüstet. Ich weiß es nicht. Ich muss mal einfach mal gucken. Ja, ich weiß. Da links ist noch so ein Fischertal. Eine Einheit rum. Nehmen wir direkt mal mit. Ja, ich kann mir jetzt auch nicht sehr viel sagen. Es ist ja nicht sehr viel hier. Ah, von den... Von den Fisch können wir jetzt gleich mal... Das werden wir jetzt angreifen. Das ist ein Action-Junger. Sie fliegen, die Ketten geschossen. Und sie haben voll getroffen. Voll getroffen, Leute. Und sie haben voll getroffen. Und sie haben... Die sind ganz schnell. Ich... Die ist schnell. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lasst sie dafür bezahlen. Vorsicht, Käpt'n. Diese Gebessler werden vom Feind bewacht. Feuchtzerstörung. Was? Was denn? Ist noch gar nichts mehr da. So. Pistenfort. Dann wollen wir noch mal gucken. Was haben wir denn da? Stube 32? Gucken wir doch mal hin. Kommt, Leute. Action! Außerdem müssen wir das sowieso... Falschgefahren oder was? Siegelt. Halt die Schnauze. Ach so. Was ist jetzt hier? Schießen. Feuer! Ähm! Ähm! Oh nein! Was wollen die denn da jetzt? Achter! Feuer! 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 Zerstört den Turm. Feuer! Feuer! So, einer schon mal weniger. Das ist der nächste hoffentlich, aber das überlebe ich nicht. Ich kriege zu viele Schiffe hier. Das sind zu viele Schiffe, jetzt gehen hier leider unter Leute. Ne, das schaffen wir nicht. Zwei Schiffe und das fort. Vielleicht war ich auch zu aggressiv, aber ich weiß nicht. Aber die Mörser, was ist denn mit den Mörsern? Steht das nicht? Müssen wir jetzt nochmal gucken und sehen, wenn ich jetzt nochmal an unserem Fort da spawne. Müssten wir ja eigentlich. Wäre ich jetzt nochmal schauen. Können nicht bei Sturm oder bei hohen Wellen niedergelassen werden. Ich will hier aber raus. Alter, hier kann doch auch mal... Guckt euch das mal an, ey. Ich will Mörser. Guck mal. Wir haben Ärger in Sicht. Wir richten nach ein Schoner. Wir kriegen Verstärkung könnten. Guck mal. Guck mal. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen kämpfen. Wir machen jetzt hier einen Turm nach dem anderen Down. Ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn ich so langsam hier langfahre. Wir machen so schnell, wir können. Feuer! Ein direkter Treffer und wir gehen unter. Feuer! Feuer! Ja, okay. Feuer! Jetzt bin ich zu langsam scheinbar vorbei gefahren. Feuer! Sie feiern, Sir! Feuer! Und ich weiß immer noch nicht, wie ich meinen Mörser aussetzen kann. Eigentlich wollte ich ja jetzt... Ich wollte ja gar nicht reingehen. Ich wollte eigentlich outright gehen. Outfighter, ja. Aber wir machen halt hier nicht outright. Ich wollte eigentlich mal kurz in die Kabine, also in die Kapitänskajüte. Ich werde hier nicht... Ne, das ist normal. Ich schätze mal, das liegt daran, dass wir auf hoher See sind. Alle Säge... Oh ne, das will ich echt nicht. Alle Mann auf Posten! Joa, mach jetzt Ruhe. Schwachstellen, treibt gut, um schnell reisefort, Verteidigung fortzustellen, ja. Standard Mörser erworben. Kann ich da draufklicken, wie das funktioniert? Checkt die Upgrades. Angeblich hätte ich es scheinbar schon, okay? Gut zu wissen. Wir schießen da mal langsam, aber sicher. Schießen wir auch dann hier durch durch die Türme. Wenn ich zu langsam mache, treffe ich mich nicht. Treffen die mich zu gut, schießen ich zu schnell. Treffen die mich... Äh, treffe ich nicht richtig. Rechts neben mir ist ein... Feier, 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 feier! Wir verkraften keinen Treffer mehr! Feier! Ne, das ist gut so nicht. Feiert sie, feiern, Sir! Ne. Komm mal, knicken. Wenn ich stehen bleibe, dann trifft mich aber jeder einzelne Salva. Was natürlich nur noch zusätzlich nervigen Damage macht, ist natürlich die... Das ist natürlich das hässliche Schiff da auch. Das sind vier Schiffe. Willst du mich verarschen? Gut, also einmal werde ich es noch versuchen... Einmal werde ich es noch versuchen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, so wie es wahrscheinlich auch sein wird, werde ich die Aufnahme abbrechen. Und dann werde ich dann jetzt langsam mich wettfertig machen. Beide zu feiern! Bereit zu feiern, Sir! Und sie wieder raus aus dem Wind! Die willkommen unterstützt zum Käpt'n! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Erwarsten Befehle, Kling! Feuer! Nein, guter Treffer könnten sie lahmlegen! Lass es denn umtrimmen! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feuer! Das Problem halt bei der Sache ist hier, wenn ich... Feuer! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feier! 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 Keiner zur Sturz! Aufeil! Ihre Schwachstelle ist doch geschehen! Schieß! Feuer! Wir wurden zu schieren! Feuer! Sie feuern, Sir! Wir haben Treffer eingestellt! Wir verkraften keinen Treffer mehr! Feuer! Ja! Feier! Feier! Das ist so gut wie down! Noch ein Schuss! Das ist jetzt auch down! Nur da vorne sind zwei Schüsse! Wir stehen permanent im Mörserfeuer! Ey, das ist super nervig! Der Mörserfeuer, der macht uns extremen Schaden! Jetzt werden wir einfach volles blick durchfahren! Versuchen, zu einer Quest zu kommen! Wenn das halt jetzt nicht funktionieren, müssen wir komplett außen rumfahren um die Insel! Jetzt geht's! Wir müssen's einfach mal versuchen! Was sind die denn für Levelstube 11? Das ist natürlich auch Absicht, ne? So tut ein Vorfall, ey! Wir müssen uns entkommen! Noch mehr von den Hunden, Sir! Feuer! Die Verstärkung! Wir haben uns aufs Lied! Guckt euch das an, ey! Das ist so hart, ey! Ich kann nix dagegen machen! Nischt! Alter, da ist der Schiff neben mir! Okay, nochmal zu hartschluss! Boxe uns! Basti! Besser so! Echte! Äh, Penner! Alter, mal zwei Bricks! Stufe 20! Die sind noch schwer, ey! Alter, ist denn schwer und was ist denn leicht? Oh Mann, ey! Ich würd mir echt gerne wissen, wie das mit dem Mörser geht, weil ich hab... Ich kann die einfach nicht benutzen, ey! Die Zivilisten... Die verfolgen mich. Oh, die haben mich jetzt infighted. Wir sind sicher, Captain! Ein ist nicht sicher! Bereit zu schießen, Captain! Lalalala! Bereit zu Feiern! Feuer! Oh, das war ja gar nix! Lalalala! Feuer! Wir sind für Feiern, Captain! Und getroffen, Sir! Feuer! Bäm, 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 bäm Wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt echt ein Scherz, oder? Drei gegen eins, oder? Alles nach außen, alles nach weiter. Feier! Na, ein guter Treffer können sie sie lahmlegen! Feier! Befehle, Captain! Feier! Na, ein gut platzierter Schock! Feier! Ist das jetzt... Feier! Ist das denn ihr Schildpitz, oder was? Feier! Ihre Schwarzstelle ist ungeschöpft! Feier! Feier! Getroffen, Captain! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Drei versus eins! Zwei versus eins ist ja schon scheiße gewesen. Das wäre aber noch machbar gewesen. Aber der Dritte war dann einfach zu viel. Wir gehen den Quotter in die Stadt. Raus aus der Vöe! Alba Windmänner! Beruhigt sie! Krieg ich schon. Boah! Alle Sägel! Sie verträgt das! Gas, 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 Gas! Los, 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 los! Oh, ja! Ich muss das Schiff... Oh, nee! Ich hab mich jetzt nicht anzufangen zu singen. Wir sind jetzt nämlich in Kingston! Ich muss echt mal das Schiff auf... ...pferden, ey! Das gibt ja gar nicht, ey! Kann man ja nix mitmachen, ey! So, und da haben wir einen neuen Ort entdeckt. Kingston! Wenn ich mal so da sagen darf, sieht aus wie die anderen auch. Überall sind schwarze Leute. Ne, manche. So, Leute. Dann sag ich... Dann werd ich jetzt hier die Aufnahme abbrechen. Dann sag ich einfach mal... ...dank fürs Zuschauen. Und... ...ich werd demnächst noch wieder weitermachen. Werd nicht lang warten. Werd nicht lang dauern. Dann sag ich einfach mal... ...dank fürs Zuschauen. Und... ...bis zum nächsten Mal. Ciao!